Vor ungefähr vier Jahren sagten Prinz Harry und Herzogin Meghan Chao Kakao und bauten sich ein neues Leben in den USA auf. Zu ihrem Abschied aus Großbritannien zählte ebenfalls, dass sie ihre royalen Pflichten niederlegten. Mit ihrer gemeinsamen Netflix-Doku und Harrys Memoiren sorgte das Paar immer wieder für Drama. Vielleicht also kein Wunder, dass der Rothschopf und sein Gruder Prinz William sich nicht mehr so nahe stehen könnten. Doch nun will eine geheime Quelle wissen, dass William Auge auf Harrys Leben macht. Harrys und Williams Beziehungsstatus würde auf Facebook wohl als kompliziert betitelt werden. Seit Harry die Royals verlassen hat, brodelt die Gerüchteküche, die beiden wären nicht mehr so gut aufeinander zu sprechen. Ein Insider hat Aswikli jedoch nun verraten, dass William Harry beneide. William ist ein bisschen neidisch auf die Freiheiten seines Bruders, erzählt die geheime Quelle. Das sei aber noch nicht alles. William wäre eifersüchtig auf den riesigen Erfolg von Invictus Games, der Sportveranstaltung für im Einsatz verletzte Soldaten, welche Harry vor etwa zehn Jahren ins Leben rief. Harry hat beeindruckende Dinge getan. Klammer Punkt 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 Klammer Ich denke, dass diese internationale Bühne etwas ist, um das beide Brüder ganz klar wetteifern, mutmaßt ein weiterer Informant. Klammer Punkt Klammer Klammer Punkt Klammer